Da oben ist ein Zehn... Wir sollten... Genau! Boah! Dunkel war ein gutes Stichwort Wieso? Ich mach noch ein paar Fackeln Na gut, ich hab 44 Ich hab gar keine... Nein! Oh Gott Doch... Ja, ne, das mein ich grad nicht Ja, sehr gut Creeper, wo bist du hin? Ja, komm her du Scheißviech Oh weh, du fliegst hier in die Luft Das soll unsere neue Behosung werden Hier machst du nichts kaputt Oh, das waren ein paar viele Fackeln So, okay, ich komme Alter, sind das viele Creeper, die mir da entgegen kommen Ja sicher Alter, lag Nein! Nein! Oh Lola, komm, fahr! Entschuldigung Oh Gott, ich... ich häng hier irgendwo fest Uff, Schweingart Nimm mal das Schwerter hinter dir Oh, oh Gott, ich brem Hier Oh mein Gott, der Zombie mit der Schaufel Müsstest du's aufgenommen haben Häh! Creeper Ja, hab ich aufgenommen Sehr gut Da kommt noch n Zombie Da kommt noch mehr Zombies Da sind ja mehr Zombies als Walker Was soll denn der Schieb Hattest du dich jetzt eigentlich schon in eins von den Betten gelegt? Ja Sehr gut Du auch? Jo Sehr gut Okay, da sind Walker, einer, äh, mit... Wo bist denn du? Hm Ich glaube der Walker und die Spinne battlen sich Äh, ich trau mich LOL Wo kommst du denn auf einer her? Alter, da sind ja viele Creeper drin, das gibt's ja gar nicht Oh Walker Spearman Oh nein Das ist voll kackig, ich kann grad nicht ordentlich gegen den Kämpfer Vorsicht, Creeper Hm Entschuldigung Mach kaputt Vorsicht, noch mehr Creeper, die da kommen Hm Das ist grade schlecht, ich kämpfe gegen den Bogenschützen Oh, das ist wirklich schlecht Obwohl der Bogenschütze hilft uns Wollte ich grad sagen, er hat die Creeper hier Voll eine gegeben Okay Bogenschütze down Creeper auch Und der hatte wieder ne Essenz fallen lassen Wasser Essenz Ich hör noch Gegner Hier sind alles noch überall Gegner Oben, unten Und bei dem Bossgegner sollten wir ganz vorsichtig sein Der wird uns hart moschen, glaub ich Was für ein Bossgegner? Äh, hier ist noch so ein harter Mob mit irgendwie 250 Leben oder sowas Auch mit ähm Kingwalker oder sowas Türkise Wolle ist das hier Hm, reicht aber leider nicht um alles auszufinden Na gut Bist du schon die Treppe hochgelaufen? Jo, die erste Mach mal ne Okay, da war ein Skelett um die Ecke Zur Karotte futtern Oh, eben Möhrchen Oh Gott, oh Gott Aua Okay Das ist jetzt sehr gut Geht 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 Oh, da ist noch ein Skelett Ai Aua Okay, ein normales Skelett macht mir so gut wie kein Damage Vorsicht Walker Junge Rennt doch nicht so blind links hier rein Wie viele hier sind? Wie viele schützen? Runter, runter Krischi Komm runter hier Ich versuch's Das ist jetzt so Mensch, geht doch erstmal ein bisschen Entdeckung Okay, die schließen sich schon wieder gegenseitig ab Da ist einer in Diamantrüstung Achtung, dem machen wir kaum Damage Ja Das hat nur noch zweieinhalb Herzen Ja, dann hau doch ab, Mensch Meine Fresse Krischi Ich hab keinen Bock, dass du hier schon wieder drauf gehst Ich auch nicht Ich auch nicht Und den Harten weg So Kurz Spann Ja, ich hab noch vier Leben Vier und halb Aua 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 Fünf Ich regenerier aber total langsam Leben Aber ich hab volles Essen Oh Gott Jetzt darf nur keiner von hinten kommen Ich hasse Dien Ja, ich weiß, wegen Diamantrüstern Oh, du hast ne Feueressenz, glaub ich, von dem bekommen Zwei Stück, ja, und einen Diamanten hat er auch gedroppt Nice Dann kann sich einer quasi ein Diamantschwert machen Oh Gott, das eine Eisenschwert ist schon wieder kaputt von mir, ey Ja Guck mal, rechts um die Ecke ist da wer? Nein Sehr gut Alter Du kleine Hure Nein, der hat hier irgendeine... Oh Gott Oh, da kommen ein paar Ja, ich krieg grad hart aufs Maul Alter, ich sterbe Ich bin down Ich bin down Was? Wie hast du das denn geschafft? Der hat mir übelst Damage reingedrückt Mit seinem komischen Speer LOL Ja, lauf, Junge Das sind fünf oder sechs oder so Ja Ich hab nur deine Diamantbrustplatte aufgesammelt Leider nicht den Rest Jaaaa Ich rushe da gleich Sie sind dann gleich wieder zurück? Nein, tun sie nicht, sie laufen hinterher Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Ja, ich kann jetzt grad erstmal wieder nix machen, wegen meinem Anfangslack Oh Oh Ich bin Tod Nein Ich hab noch ein halbes Herz, ich hab noch ein halbes Herz Ja, lauf! Was meinst du, was ich mache? Jaaaa Bei mir läufst du nicht, wegen dem scheiß Lag Ja, Leute, sorry Oh ja, so ja Alter Wer kommt hinterher? Oh Oh Weg hier Oh Gott, sind hier viele von denen Oh ja Oh ja So, warte ich Ich rushe jetzt rein und hol mir meine Sachen wieder Die ganzen Monster sind hinter mir her, das könnte sogar klappen Wenn ich die irgendwie gepullt hab oder so Also, die waren auf jeden Fall einige auf den Fersen Jaaaa Mir sind noch einige auf den Fersen, ich hab immer noch nicht wieder volles Life Ja, hier liegt so ein bisschen was Und nur so ein bisschen Hast du alles wieder aufgesammelt? Deine Brustplatte, wie gesagt, fehlt, die hab ich Ja, dann hab ich alles andere aufgesammelt Die hab ich beim Zurücklaufen eben eingesammelt Ja, alles cool Jetzt mach ich euch platt hier Ja, beide nur normale Schwerter und Rüstung Zwei schaff ich So, einer down Und mit dem zweiten Da willst du mich verarschen, der hat mir vier Damage gehauen Oh oh So, das war das erste Schwert So Ich komm dir entgegen, ich komm dir entgegen Jo, ich hab beide umgebracht Sehr gut Ich brauch ganz direkt meine Brustplatte zurück Der hat mir trotzdem noch viel Damage mit einem Schlag gemacht Ich komm grad zum Haupteingang gelaufen Der Sieghalter dort hier wartet erstmal einer um die Ecke So, wird schön Ah, sehr gut Sehr gut, Hammer Und jetzt wieder Attacke Kruzifix! Okay, da sind noch einige mit Diamant-Rüstung drin. Okay, was heißt einige? Zwei Stück. Beides... Loll! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte, ich hab einen Bogen. Ich pull den. Ich pull einen von denen. Der eine hat ein Diamant-Schwert, Diamant-Rüstung und Diamant-Schild. Ja, komm. Geh mal um die Ecke nicht, dass er auf dich gleich schießt. Dass wir den erstmal pullen. Zieh ihn her, zieh ihn her. Wo ist er? Hier! Hallo, hallo! Ja, komm. Gucu-Gucu! Aua! Loll! Wie konnte er mich denn treffen? Alter, harter Leck schon wieder. Hinter dir! Creeper, Creeper, Creeper! Oh Gott, oh Gott. Loll, der hat sein Schild. Scheiße! Ich mach dem keinen Damage! Der nimmt sein Schild nicht runter! Ja, warte, warte, warte! Ich mach dem ehrlich keinen Damage! Ja, warte! Ich mach den einen Archer hier geschnitten! Jetzt solltest du den Damage machen. Nein, wieder nicht! Doch, also, ja, du machst ihm wenig Damage. Aua! Du musst um ihn rumlaufen, dann klappt's. Oh Gott, ich muss was futtern. Äh, Creeper, du hast das gesamte Futter. Was hab ich? Du hast alles Futter. Oh, aber gut, hier ist ne Kiste mit Essen. Ah ne, brav. Ja, sehr gut, danke. Ich komm grad nicht mehr zu, ich weiß, die Typen kommen hier wieder. Alles gut, wie gesagt. Vorsicht, da steht... Ich hefte sofort, ich muss nur kurz ein bisschen Leben regenerieren. Ja, ist ja gut, wenn du mir gleich hilfst, weil ich hab nur noch ein fünftel Eisenschwert. Ja, gleich ist er da unten. Alter! Ich glaub, der hat einen Diamanten gedroppt. Oder was, der? Ich glaub, der hat einen Diamanten gedroppt. Ja, halt, er tatsächlich. Und zwei Darkness Essenzen. Ja, cool. Vorsicht, da oben stehen wieder ein paar. Also ganz... Alter, da stehen so ein paar. Ein paar sehr viele. Mal Leben regenerieren hier. Alter, sind das viele. Hast du noch ein bisschen was an Schwert? Ich hab noch ein dreiviertel Schwert ungefähr. Ich hab nur noch ein fünftel Schwert. Wenn du jetzt anfängst zu kämpfen, ich hab kein Schwert. Dann... Warte, 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 ich hab Eisen. Lass mal ganz kurz ein neues Schwert machen. Ich hab sonst auch zwei Diamanten. Wär natürlich jetzt nur schade, ein Diamantschwert zu machen, ne? Ja, warte, ich mach dir erstmal ein Eisenschwert. Ich schmeiß hier mal meinen ganzen Stuff, den ich hab, in die Truhe. Da sind auch Pfeile drin, nimm dir mal die Pfeile raus. Okay. Du kannst sie gut gebrauchen. Äh, da liegt ein Eisenschwert. Dankeschön. Perfekt. Warte mal, ich pack meine Essenzen auch erstmal alle da rein. Ja. Ich denk mal, wenn wir uns hier später häuslich einrichten, dann... Dann sortieren wir eh alles nochmal um. Eben. So, warte. Erstmal einen wieder pullen fürs... Okay. Hallo. Neu. Ganz großer Sport. Oh Gott, oh Gott, sie sind alle gepultet. Kräschee! Der Biatches. Bühst du den Wahnsinn? Ein paar mehr. Bühst du den Wahnsinn? Bühst du den Wahnsinn? Ja, dann mach auch Rückzug. Alter. 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 Dann rücklaufen noch ein bisschen schlagen, aber... Das sind ein paar mehr, ja? Wird witzig. Komm weg da! Oh, da ist wieder ein so'n Defender dabei. LOL! Oh Gott! Ich bin hier abgestürzt. Ja, ich weiß, was mich hier allein gelassen will. Mama! Ich zieh die Hälfte hinter mir her. Ich zieh Defender noch einen mit Diamantrüstung und einen Creeper hinter mir her. Ja, ich komm runter, ich komm runter. Ich zieh drei hinter mir her. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Tu's. Jawoll. Das war der Creeper. Oh! Du Hure! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Es ist auch noch Nacht. Fickt euch alle. Warte, ich helf dir gleich. Aua! Ich hab ne bessere Idee. Locker. Kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit, das ist Absicht. Kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Warte, 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 warte. Wo bist du, wo bist du? Ich lauf grad zurück zu unserer Höhle. Bist du das Wahnsinns? Nein. Alter, das sind ja alles welche mit Diamantssachen. Bist du... Lass sie kommen, lass sie kommen! Okay. Aber willst du den Fall-Damage geben? Jo. Kommt auch wieder, ne? So haben sie. Alter, aber wie viele das da oben waren. Ey, das geht ja gar nicht klar. Da sind bestimmt immer noch fünf oder sechs. Ich glaub, die heilen sich. Ja? Oh, die kriegen kein Fall-Damage. Oh man, wie langweilig. Aber anders kann ich dich hier auch nicht bekämpfen. Nö. Aber es funktioniert. Oh... Mehr schlecht als recht, was? Na, ist dort ein Weilchen, ne? Okay, wollen wir sie so bekämpfen? Aber ich komm hier nicht raus, ich kann keine... Ja, und ich hab nur noch ein halbes Schwert übrig, also... Okay. Siebzehn, vierzehn und zweiundzwanzig oder so. Ist die Hand-Damage. Was tun da jetzt? Ich versuch sie so zu hauen, dass sie oben drauf stehen bleiben und nicht. Bei mir baust du gerade den Block ab. Jaja. Ich will sie so quer schlagen, aber es funktioniert auch nicht. Okay. Okay. Hm... 13...18... Genau. Sehr gut, einer Linie.